Ich überarbeite gerade unsere Website und möchte unseren Kunden inspirierende Möbelideen zeigen. Wir haben zum Beispiel auch die neue Sockellösung SpaceStep von Bloom verarbeitet und dazu brauche ich jetzt noch das passende Bildmaterial. In der Marketing Mediathek bekomme ich coole und Professionelle, Fotos, Videos, Prospekte und weitere Medien, die ich perfekt für unsere Vermarktung einsetzen kann und das alles kostenlos. Mit wenigen Klicks finde ich sofort das passende Material, um unsere Produkte und Möbel zu bewerben. Wenn Sie auch Zeit und Geld bei der Vermarktung sparen wollen, registrieren Sie sich einfach unter e-services.bloom.com. Lena, hast du kurz Zeit? Nutzen Sie die e-Services überall und rund um die Uhr.